Maserati bringt digitale Collectibles auf die Vivi-App. Außerdem gab es einen Marvel Secret Drop und wir schauen uns eine weitere Thematik zum Thema Omi-Token an. Denn hier gibt es nämlich ein relativ spannendes Update, das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Ja, willkommen zurück Leute, heute zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Es gab jetzt schon echt, glaube ich, ein paar Tage wieder kein Video. Entschuldigung auf jeden Fall dafür, ich hatte die letzten Tage wirklich viel zu tun und da ich in der nächsten Woche umziehe, sind einfach viele Sachen zu tun. Deswegen fällt YouTube gerade hier so ein bisschen runter, aber ich versuche auf jeden Fall auch in Zukunft dann wieder für euch etwas Gas zu geben. Schauen wir uns jetzt aber mal die News heute an. Als allererstes vielleicht ein kurzer Hinweis für euch, auch sehr, sehr spannend. Der Vivi-Meister hat sie getweetet. Schaut sehr, sehr gerne hier auch am Montag um 19 Uhr deutscher Zeit immer zum German Podcast vorbei mit Colt und J-Timp. Super spannendes Ding. Und wir werden dort, beziehungsweise die beiden haben das irgendwie organisiert bekommen, dass ihr wohl auch in Zukunft, wenn das Ganze mehr Engagement bekommt, dann auch wirklich digitale Collectibles von Vivi dort verlost werden können in diesen Stunden, beziehungsweise in diesen Talks, was ich eine super Gelegenheit finde. Und daher auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Schaut auf jeden Fall vorbei. Link zum Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns nun den Drop an, der heute gekommen ist und super, super random war und zwar nämlich der Marvel-Logo-Drop. Und ja, vielleicht erstmal für die Leute, die sich jetzt wundern, ich habe es hier getweetet schon, warum sehen wir jetzt hier kein Bild? Meine Vermutung ist ganz klar, wir haben es nämlich heute mit dem 17.09. zu tun. So, ist jetzt erstmal kein relevantes Datum, aber wenn man das gesamte mal einen Monat weiterdenkt, dann ist nämlich der 17.10. der Tag, beziehungsweise der Starttag von der New York Comic Con. Und ja, im Prinzip dort wäre es dann 11.00 Uhr New Yorker Zeit in etwa gewesen, wenn es hier 17.00 Uhr deutscher Zeit war. Und dementsprechend würde das Ganze eigentlich relativ gut passen zum Start für die New York Comic Con, dass hier das Marvel-Logo gejobbt wird. Das ist meine Vermutung, würde nämlich auch erklären, Größe gehen raus an Chris, der hier die Vermutung hatte, dass nämlich deswegen auch das Marvel-Logo hier noch nicht sichtbar ist, weil das Collectible noch gar nicht fertig designt ist. Also, wir gehen hier auf jeden Fall von einem Fehler aus, derzeit sind die Preise hier relativ stabil. Ich habe mir an dieser Stelle zwei Collectibles hier geholt für 15 Gems. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare, ob ihr auch ein Logo bekommen habt oder ob ihr das Ganze leider verpasst habt. Kommen wir von einem großen Brand zum nächsten und zwar nämlich zu Maserati. Die werden nämlich den Maserati GT2 auf der Vivi-App rausbringen in einem Collectible. Und das Ganze wird hier am Samstag, dem 21. September um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Und wir werden hier, wie gesagt, eine Version sehen. Einmal hier auch interaktiv als Rare. Das Ganze haben wir hier mit einem Listenpreis von 40 Gems und einer Editionzahl von 2324 Stück. Das Ganze natürlich auch eine First Edition und es ist auch der erste Drop hier von Maserati auf der Vivi-App. Und dementsprechend natürlich auch ziemlich spannend. Und dennoch habe ich auch schon viele kritische Stimmen hier gehört, dass natürlich die Editionzahl bzw. auch der Listenpreis etwas zu hoch ist für die momentane Zeit. Und daher der Drop auf jeden Fall nicht ausverkauft sein wird. Das ist auch meine Vermutung hier an dieser Stelle. Dennoch finde ich auf jeden Fall den Drop richtig cool und bin auf jeden Fall gespannt, was auch Maserati hier noch in Zukunft bringt. Schreibt mir gerne auch eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Werdet ihr diesen Drop mitnehmen oder nicht? Schauen wir uns noch kurz, bevor wir auf weitere Drops eingehen, den Drop von heute nämlich noch an. Und zwar nämlich Fantastic Four. Hashtag 94 um 17er deutscher Zeit war das Gesamte heute. Und hier haben wir natürlich wie immer auch 5 Cover bekommen. Das Ganze natürlich wie immer mit exklusiven Rare und auch Ultra-Covern. Für mich persönlich auf jeden Fall relativ uninteressant. Die First Appearance of Agatha Harkness war hier mit dabei. Und wir hatten einen Listenpreis von 7 Dollar und eine Editionzahl von 5000 Stück wie immer. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns natürlich auch in dem Zuge nochmal die Go-Collect-Daten an. Hier haben wir bei einer 9.8 mit 10 Grades gerade mal einen Preis von 10.000 Dollar. Beziehungsweise das heißt gerade mal, es ist halt, man muss sagen, an dieser Stelle jetzt kein super krasses Comic. Es hat hier eine geringe Stückauflage. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Preis hier. Aber wie man hier auch schon sieht, also wir haben hier bei einer 9.0 schon direkt einen Preis von 375 Dollar nur noch. Also wir haben hier einen enormen Preisverfall. Und dieser Preis hier oben kommt eigentlich nur zustande, weil es halt so wenig Editions gibt. Und daher für mich persönlich auf jeden Fall uninteressant und auch definitiv ein Skip gewesen. Schauen wir uns den nächsten Comic an. Und der wird nämlich schon am 19. September, das heißt am Donnerstag um 17.00 Uhr Zeit droppen. Und hier werden wir Old Man Logan sehen aus dem Jahre 2015. Hashtag 1. Und das ist der First Old Man Logan Solo Series. Also die Solo-Serie im Prinzip mit 5 Cover natürlich wie immer hier. Die wir uns einmal kurz anschauen. Hier auf jeden Fall mit einem sehr, sehr coolen Cover. Und ja, insgesamt muss ich aber sagen, finde ich die Cover sonst ziemlich, ziemlich interessant. Bis auf die Rare, was wir glaube ich hier gerade gesehen haben. Genau. Und ansonsten hier ist der Preis natürlich wie immer 7 Dollar. Eine Edition von 5000 Stück. Ja, ansonsten hat man jetzt hier nicht wirklich super viele interessante Daten. Außer die von Go Collect und die sind auch schon, ja, ziemlich vernichten. Muss man hier einfach sagen, 9.8 Grad mal für 42 Dollar bei 73 Grades. Das sieht mir persönlich auf jeden Fall sehr nach einem Comic oder nach einer Series einfach aus. Die wirklich nur von Leuten gelesen wird, die auch wirklich daran Interesse haben. Von daher für mich persönlich auf jeden Fall an dieser Stelle ein Skip. Noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Am Mittwoch um 20.00 Uhr deutscher Zeit wird hier der nächste Livestream sein mit Frank a.k.i. Viviversum. Wir werden hier über das Bibi Deutschland Treffen 2024 sprechen. Wir haben einige spannende Sachen auf jeden Fall für euch vorbereitet und geplant. Deswegen sehr gerne auf jeden Fall dort auch in den Stream vorbeikommen. Beziehungsweise auch sehr gerne nach Naila vorbeikommen, wenn ihr Zeit habt. Details werden wir dort auch nochmal im Livestream teilen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt aber zum nächsten Thema rüber. Und das betrifft nämlich Ecomi. Und das betrifft ein Token-Update. Und das ist wirklich spannend, denn wir übersetzen einfach mal hier den Post. In Vorbereitung auf eine neue Ära der Omi-Nutzungsfunktion werden wir die verbleibenden ca. 221 Milliarden Omi-Token aus der Reserve und der Tresor-Wallet dauerhaft entfernen. Und das ist erstmal vielleicht für die Leute zur Einordnung, die sich damit nicht so ganz gut auskennen. Diese Token waren im Prinzip in der App hinterlegt. Das heißt, wenn ein Collectible beispielsweise im Store gekauft wurde, dann wurden Token sozusagen in eine weitere Wallet geschoben, bis sie dann schlussendlich verbrannt wurden. Und diese Token sind eigentlich nicht im Circulation Supply gewesen. Das heißt, es haben keinen Einfluss auf den Preis gehabt und sind dementsprechend eigentlich schon von vornherein unrelevant gewesen. Und aus dem Team kam auch schon immer die Rückmeldung, hey, die werden auch nie in den Circulation Supply kommen. Dennoch gab es natürlich immer wieder kritische Stimmen, die gesagt haben, hey, Vivi könnte die ja doch rausholen und damit irgendwie nochmal was machen und somit auch den Circulation Supply künstlich nach oben treiben. Dagegen gehen sie jetzt vor und werden diesen gesamten Prozess beschleunigen bzw. einfach komplett vollenden und diese gesamten Token burnen, was auf jeden Fall eine sehr gute Sache ist. Wir haben jetzt hier auch schon direkt ein Update bekommen, weil das Ganze ist hier schon vor vier Tagen erschienen und ich habe leider kein Video gemacht. Dementsprechend haben sie jetzt hier schon geschrieben, hey, das Gesamte wird jetzt hier auch schon dann im Prinzip ausgerollt und die Token werden dann dauerhaft entfernt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache, um hier natürlich fatt zu bekämpfen. Und ein Stichwort, was mich hier auch sehr gecatcht hat, war nämlich A New Era of Omutility. Denn das gibt mir jedenfalls so das Gefühl, dass wenn diese Token geburnt werden und wir stehen jetzt ja auch mehr oder weniger unmittelbar meiner Meinung nach vor einem Bullrun, was Krypto und insgesamt NFTs vielleicht auch angeht. Und dementsprechend natürlich auch hier diese neue Ära extrem relevant wird jetzt für diesen Bullrun. Und natürlich, dass vom Timing eigentlich fast perfekt ist, wenn man sich das überlegt, weil jetzt diese Token geburnt werden und sie dann gegebenenfalls darauf aufbauend dann auch sozusagen diese neue Ära starten können. Ist natürlich nur reine Vermutung und Spekulation von meiner Seite. Kann auch sein, dass ich mich da täusche, das möchte ich ganz klar sagen. Aber diese Wörter hier geben mir jedenfalls das Gefühl, dass hier auf jeden Fall noch etwas mehr dahinter steckt, als einfach nur ein bloßer Burn. Also auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und schreibt mir auf jeden Fall auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren, wie ihr diese Thematik seht. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, euch da draußen hat das gesamte Video gefallen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.